Das Respekt-Team mit Schirmfrau Sandra Minnert ist auf dem Weg ins Fritz-Walter-Stadion. Auf dem Kaiserslauterer Betzenberg trifft sie sich mit FCK-Boss Stefan Kunz. Der Rassismus-Skandal rund um den aus Israel stammenden FCK-Stürmer Itay Schächter ist der Anlass des Meetings. Danke, dass wir heute hier sein können und ich finde gut, dass ihr heute für uns das Schild anbringt, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja die Woche schon telefoniert und es war natürlich bei uns eine große Präsenz. Und deswegen sind wir froh, dass wir heute hier sein können und mit dir zusammen das Schild anbringen. Und ja, dann wollen wir, dass wir das zusammen jetzt mal dran bringen können, oder? Genau. Zurück auch. Dankeschön, dass du dich die Woche gemeldet hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und damit gezeigt, dass das auch gerne helfen möchte, dass die Außendarstellung wieder vom FCK dorthin gehört, wo sie hingehört und dass wir nicht so einem Einzelnen, der hier seinen Unmut über irgendwelche Sachen ausgibt, oder rausgehauen hat, dass wir dem nicht so große Beachtungen zeigen, sondern zeigen, dass er hier bei uns keinen Platz hat. So, schönen Geburt. Ja. Der erste FCK Sasslautern ist schon seit 2010 Mitglied bei der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus. FCK-Ikone Horst Eckel traf sich vor knapp zwei Jahren mit Schauspieler Peter Lohmeier, ebenfalls Botschafter der Initiative. Der Weltmeister von 1954 plauderte nicht nur, sondern war auch fußballerisch aktiv. Und jetzt hängt sogar ein Schild am Eingang der Westkurve des Stadions. Ach ja, und nicht nur, dass wir zusammen dieses Schild anbringen, wollte ich dir auch noch gerne sechs andere Schilder übergeben, die vielleicht hier an dem anderen Stadion und drumherum auch noch angebracht werden. Und was ganz Besonderes haben wir noch für dich? Die Schilder alle. Schön. Und dann hoffen wir, dass dieses gute Stück einen schönen Platz vielleicht bei dir, vor Miro, findet. Ja, diese Fußmatte ist eigentlich zu schade, um drauf zu treten, wenn man den Inhalt der Fußmatte sieht. Aber wir werden sie so hinlegen, dass sie jeder sehen kann und vielleicht aber nicht jeder drauf treten kann. Das finde ich sehr gut. Eine Sache habe ich noch für dich. Es ist sehr klein, aber deswegen glaube ich, dass jeder direkt hingucken muss. Okay. Deswegen hoffe ich, dass ich dich heute als offiziellen Botschafter für Respekt... Ah ja, logisch. ...dann bringe ich dir den auch ziemlich an. Ich mache dir jetzt nicht deinen schönen Anzug? Nein. Alles gut. Alles gut. Bitte schön. Und gentlemanlike, wie Stefan Kunz halt ist, spielt er den Ball direkt zurück und macht Respekt für Frau Sandra Minnert eben mal zum FCK Ehremitglied. Hat sie wenig Sachen. Stefan Kunz und Sandra Minnert, das neue Respekt Dream Team.